Hallo und willkommen beim zweiten Part von SCP und ich bin nicht alleine Hallo ich spiel's auch noch nicht immer auf Ach was mach ich neu, ich kann ja laden Aber bei mir kann's möglich sein, dass ich eventuell versehentlich mal weitergespielt habe Und bei mir kann's äh sein, dass ich die Aufnahme abbreche und dieses Spiel wieder anpacke Oder ich renne nicht rein Also ich, äh, waren das jetzt zwei oder drei Wahlen? Ähm, das Spiel muss man am Anfang angucken, oder? Jaja, du musst es am Anfang angucken Gut Jetzt steh ich wieder bei 60% Und ich glaub, unser Hund hat grad geknurrt Ich glaube, man spielt gerade keine Rückmeldung Ah doch, jetzt Lass mich raten, 60%? Das dauert immer Ja, 64 65 66 67 Geh eigentlich ratzfatz Boah, Junge Ich hab extra den Sound leiser geschnitten Also, äh Ich weiß gern, hab ich bei mir so und noch an, ey Ich hör nämlich nix mehr Dumm, Nick Ja Wenn die, äh, Verbindung gleich, äh, unterbricht, ne Oh Gott Bist du drin, also du bist drin Okay, warte, naja, nee, warte, nett Das Ende, key, warte, ich will mir hier noch was Schönes sagen Wenn gleich die Skype-Verbindung unterbricht, ne Oder irgendwas, dann weißt du, worum es liegt, ne Ja, dann höre ich die ganze Zeit in meinem Let's Play Ding, ding Ja, und, äh, dann werde ich, denk ich, die nächsten 24 Stunden nicht mehr online kommen, alter Okay, ich drücke zum Anfang Hä, warum, warte, warum kommst du dann die nächsten 24 Stunden nicht mehr online? Ich bin drin Maurice, ey, dann Warum, weil, alter Wie geht denn die Tür auf? 30 FPS? Äh, links, nee, warte mal, was, links Ach nee, die Tür öffnest du nicht Oh, es geht los Oh, es geht los Ja Alter, ich hab' jetzt die Gegröße, oh Gott Ha, ha, ha Oh, scheiße, muss ich, oh, ja, auf, auf der Tasse Zwingermann, extra, Alter, genau Ich hab' mir, ich komm' nicht raus, mein GPS Komm an, hier, verdammt noch mal raus Nee, du musst dieses, dieses erste Platt, was du hast Ey, das hat, das ist erst, das hat genommen, gell Nein, noch nicht Das nimmst du jetzt? Wo ist denn das? Weil das liegt eigentlich gleich am Anfang neben dir Ey, den, siehst es Ey, da ist kein Platz Dann hast du schon aufgesammelt Hab' ich in der Inventar? Äh, ja, du weißt doch, diese links und rechte, rechten Pfeile Welche? Ah, die Tür ist aufgegangen Ah, genau, jetzt, ja Hallo Wir sagen, ähm, ja Ich muss schnell stehen bleiben, ich muss nicht schnell was machen, so Gut, das geht, zwölf Minuten Ich mach' zwölf Minuten maximal, glaub' ich Ich glaub' länger wird das ja auch nicht gehen Oh, packe Was ist los? Ja Na ja, 30 FPS geht doch Zwang, krass Mach' dein Sound, ne? 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 Ich schaue's jetzt selber richtige Panik, wo bin ich jetzt? Ja, wo muss ich hin? Oh, die Scheiße ist, das kann ich während des Spiel hält Oh, ne, ne Oh, warte, hier ist der Raum Welchen Raum? Da steht das Vieh Ach so, ja Jetzt geht's gleich, du musst es die ganze Zeit angucken, sonst kriegt's dich Hast du ja gar nicht gesehen Das Vieh hat voll die Melonenfresse, Alter Ich weiß Okay, wunder Ich wundere, ich wundere, okay Wunder dich nicht, wenn du jetzt gleich so'n Tü-Tü-Tü da hörst Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay, jetzt kommt, ich setze mal hin zu da Warum? Ja, warte Der Anfang ist jetzt so schlimm Das Spiel wird am schlimmsten Oha, ich bin tot Der hat mich abgeknallt Nein, du hast ja hingeguckt sein du musst dass ich direkt angucken sobald nur einen Moment weg guckst herzlichen er geht jetzt hat mich abgeknallt aber ich bin der Hauptstadt der Schalzer bedürfst du musst du musst in den Raum rein er kann aufpassen dass sie nicht gleich um den Kassel der Unterrichter hat ich muss noch mal was kurz drängen man schafft es nicht ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich sehe es einfach nur kommen aber jetzt dieses Spiel aber warum war der Typ denn so frech und hat mich abgeschossen weil du in den Raum gegangen bist du musst in den Raum rein lol was ist das für ein Vieh so ach hier was ist hier was ist hier drin oh der Ton ey irgendwie muss ich doch den Raum hier aufkriegen oder sonst irgendein Raum hier kann ja jetzt sein das Vieh schlachtet mich jetzt gleich ab und ich laufe hier gemütlich durch die äh Gegend und da war's ich verstehe aber immer noch nicht wie ich die Tür aufmache äh links 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 ist das glaube ich oder links oder rechts links ist es links wo links maus linke Maustaste das passiert echt echt ach nee kommt da steht da unten an Kloster der Tor oder No K oder sowas bei dir ah jetzt geht sie auf die geht immer irgendwie von alleine auf ach die Anfangstür ja ach nee man muss immer diesen Zettel nehmen also sagen bei mir muss ich ihn ab und zu mal immer zweimal nehmen weil Alter ich laufe jetzt schon zum dritten Mal durch die äh durch den Gange irgendwann aber weißt du was du mal machen musst ey du musst mal die ganze Zeit leer das hast du gedrückt halten alter wenn das Vieh kommt ey das mach ich jetzt mal oh nur unter einem Unterschied ich bin nicht da wo hä oh Gott da ist hier der Raum ich sehe hier einen totörenden Vieh das ist das Melon Vieh alter der ist voll die Melonen Null ich hab einen Bug entdeckt irgendwie müssen die Türen doch aufgehen kann man jetzt sagen Alter wie hässlich der ist ja ja der ist total hässlich was hat den denn gestochen alter keine Ahnung oh hier sind sogar Lampen kaputt klar das ist doch kein Schalter ja darf ich jetzt wieder rausgehen solange äh wenn die Tür wieder auf ist wenn er die Tür wieder aufgeht sollst du sogar rausgehen so gesehen ey der Knack es geht los ah es ist es ist dunkel es ist dunkel es ist dunkel es ist dunkel es ist der Zettel er sagt all das sind sogar zwei dass das andere Vieh ist auch zum Leben erweckt nein bleibt das hier ist das der Spiel nicht mehr bleibt das steht bleibt das steht fast mich nicht an fassen mich nicht an wenn ich dich nicht erst nicht aufnahme beendet das ist ja groß 0 sie hat umgedreht Loll das Viech ist umgedreht und ist abgehauen hihihi nein der kommt es wieder an das willst du du ihr habt die Aufnahme mit Ben und nicht löffelt das Spiel alter Alter das Viech will mich anfassen komm noch mehr rede nicht mit mir rede nicht mit mir rede nicht nicht ha 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 jetzt sind hier noch zwei Tomis ich hab Wack oh fuck lol 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 das ist ja echt übel was war das? ha 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 fuck fuck alter das ist echt übel ey ich hab meine Aufnahme beendet das Viech hat mich glaube ich geschlagen ich hab mich glaube ich geschlagen ich schlag zurück ey was muss ich doch ey was muss ich hier doch geben bin ich hier in dem Raum sicher? Alter ich schaukel jetzt vor allem so komisch ey wo ist das Viech ich hörs? verdammte Scheiße ich hörs laufen und ich seh ich seh da irgendwas fass mich nicht an oh nein äh bin ich in dem Raum sicher? lass uns nicht hier rein kommen nein ich bin nicht in diesem Raum sicher nein ich bin nicht in diesem Raum sicher nein aua das Viech hat mich schon wieder geschlagen das Viech hat mich schon wieder geschlagen ah 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 hä? oh ich schaukel hier dumm rum ah verdammt ich glaube ich bin gleich übern über ich schaukel wie so ein besoffener Du- weil ich kann ja mehr viel rennen ey aua das Viech verprügelt ne ne das Viech so zwei Typen hm hier sehe ich ein Back drin muss ich wo fuck 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 nein 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 verdammts verdammts tot ja ich bin tot ja ich bin tot ja 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 ich muss jetzt ganz schnell nach hinten rennen nein nein shit pf 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 Diese Spielart spiel ich nie wieder, ne? Oh, wo muss ich überhaupt hier langlaufen? Wo muss ich hier lang? Ich kapiere nicht, wo ich lang muss. Ich bin jetzt irgendwie das Vieh verschwommen. Ich verstehe nicht, wo ich hier lang muss. Hä? Oder... Oh Gott, was... Muss ich in den Fahrstuhl? Toll. Ist klar. Hä? Wo muss ich denn hin? Kein Sein, dass ich da gerade zur Beherrschaft verfolge. Äh... Ne, ich bin das Vieh gerade. Hast du das? Ja... Ich weiß nicht, wo ich hier lang muss. Ich kann nicht schwören, dass ich hier... Hört sich ja richtig unheimlich an, ey. Ja, ist es auch. Alter, wo muss ich hier lang? Oh Mann! Oh Mann! Hä? Hä? Okay, das wird mir langsam echt zu dumm. Oh Mann! Oh Mann! Okay, auf die 14 Minuten mach ich Schluss, ey! Das gibt's nicht! Ach... Entfilt! Äh bu- Ich fisch. okay das war es für dieses let's play ja ja okay dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten mal